Die große Stunde meines Schülers Ich hätte alles verhindern können. Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Hm, soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte? Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Nein? Na gut, wenn wir denn einen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es-war-einmal. Folge mir! Ja. 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 Im%. Soll das jetzt. Und noch mal, hier. Untertitelung des ZDF, 2020